Willkommen bei Kronos Jet. Mein Name ist Christy, dein persönlicher AI-Agent. Wie kann ich dir helfen? Hi. Ja, ich bin in Berlin und würde gerne einen Flug buchen. Geht das? Ich weiß aber noch nicht genau, wohin ich fliegen will. Ich habe Geburtstag und ich möchte gerne was Spontanes machen. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich? Alles Gute zum Geburtstag. Tolle Idee. Und ja, ich helfe dir gerne dabei. Für einen besonderen Anlass kann ich dir das romantische Paris empfehlen, New York mit seinem pulsierenden Stadtleben oder Santorini, falls es doch eher ein entspannter Strandurlaub sein soll. Ist da was für dich dabei? Ich bin ab und zu beruflich in New York. Also es ist eher eine Arbeitslocation. Aber Paris klingt gut. Vor allem, weil ich meine Freundin mitnehmen möchte und romantisch passt da ganz gut. Paris ist wirklich eine tolle Wahl. Vor allem für einen romantischen Urlaub mit deiner Freundin. Wann und wie lange wollt ihr denn verreisen? Losgehen soll es entweder am Samstag oder Sonntag nächste Woche. Und der Rückflug sollte so circa fünf Tage später sein. Hauptsache es sind direkt Flüge. Gibt es da welche? Lass mich kurz nachschauen, welche Flüge verfügbar sind. Ja, ich habe zwei Direktflüge für dich gefunden. Der Hinflug geht am Samstag, den 6. Juli um 6.30 Uhr am Flughafen Berlin-Brandenburg und kommt um 8.25 Uhr am Flughafen Paris-Orly an. Die Flugdauer beträgt eine Stunde 55 und der Preis liegt bei 315 Euro für zwei Passagiere in der Economy Class. Passt das für dich? Ja, Samstag ist okay. Okay, super. Und der Rückflug geht am Donnerstag, den 11. Juli um 21.20 Uhr am Flughafen Paris-Orly und landet um 23.10 Uhr in Berlin-Brandenburg. Der Flug dauert also eine Stunde 50 und der Preis beträgt 311 Euro für zwei Passagiere, ebenfalls in der Economy Class. Der Gesamtpreis für beide Flüge liegt also bei 626 Euro. Passt das? Ja, können wir eigentlich auch unseren Welpen mitnehmen? Ähm, lass mich das kurz in den Richtlinien zum Reisen mit Tieren nachschauen. Ja, ihr könnt euren Welpen mit in die Kabine nehmen, solange er weniger als 8 Kilo wiegt, inklusive der Transportbox. Dann lass uns jetzt die Buchung für dich und deine Freundin abschließen. Deine Telefonnummer habe ich deinem Account bereits zugeordnet, aber ich bräuchte bitte noch deine Kronus-PIN-Nummer, um dich zu authentifizieren. Ja, klar. Das ist meine Telefonnummer, oder? 0123 86 75 309. Entschuldige bitte, ähm, ich brauche nur deinen Kronus-PIN. Das ist eine vierstellige Nummer. Ah, okay, sorry. Das müsste dann die 1 2, ähm, nee, das ist die 1 3 5 4. Ähm, ja, das stimmt. Danke. Deine Buchung ist hiermit bestätigt. Zwei Personen von Berlin nach Paris am 6. Juli und zurück am 11. Juli. Der Gesamtpreis liegt bei, ähm, 626 Euro und wird auf die im System hinterlegte Kreditkarte gebucht. Du erhältst gleich noch eine Bestätigung per E-Mail. Soll ich dir auch noch eine SMS an die Telefonnummer schicken, die ich gespeichert habe? Ja, bitte. Okay, die SMS wurde verschickt. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen? Nee, das war's. Das war super einfach. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub und falls du noch mal Hilfe brauchst, melde dich gerne jederzeit bei mir. Genieß dein Geburtstag in Paris.